So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo und moin moin zusammen. Und weiter geht's mit unseren tollen Preisübergaben, die wir bei USTU PLUS haben, zu 20 Jahre, 20 Preise. Und wir haben quasi die Königin jetzt gerade sozusagen hier, also sozusagen, weil gewonnen wurden nämlich Karten für König der Löwen. Ganz genau, gewonnen sind Karten für König der Löwen. Zwei Karten sind es. Und Frau Fahle ist hier, die holt die Karten stellvertretend für ihren Sohn ab, der dann hoffentlich seine Freunde mitnimmt, aber vielleicht auch die Mutter, man weiß es. Ein guter Sohn, der wird natürlich seine Mama mitnehmen. Genau, 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 genau. Können die mal unter sich ausmachen. Das kriegen die schon. Also, Frau Fahle, erst einmal herzlichen Glückwunsch an ihren Sohn stellvertretend. Wünsche ganz viel Freude mit diesen ganz tollen Faden. Hat er sich denn zumindest gefreut, als er das erfahren hat? Das muss ja... Ja, er hat sich sehr gefreut. So. Ich fand das total gut. Das ist doch wunderbar, das ist doch schön. Dann freuen wir uns natürlich auch, sagen natürlich viel Spaß dabei und auch an den Sohn alles Gute und viel Spaß, mit wem auch immer er da hingeht. Man weiß es ja nicht. Und dann sagen wir allen, die das jetzt sehen, einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.